Mein Name ist Isabel van Riech Lautenschläger. Ich freue mich sehr, hier den zweiten Kongress auch moderieren zu dürfen. Ich war schon in Hoheneck dabei. Ich bin Journalistin und schon viele Jahre mit dem Thema befasst und auch mit der UOKG in Verbindung. Ich wollte noch was zu dem Kongress-Motto sagen, verronnene Zeit. Gestern sagte Frank Ebert, ich weiß nicht, wo er gerade sitzt, verronnene Zeit, hat er bezogen auf die Zeit der politischen Verfolgung. Das fand ich interessant, weil ich hatte vorher gedacht, es geht eigentlich auch um die Zeit seit der Verfolgung, also die Zeit des Wartens auf Rehabilitierung und Entschädigung und sich eben auch mit seinen gesundheitlichen Folgeschäden herumzuschlagen zum Beispiel. Also ich denke, es ist beides, diese verronnene Zeit. Ich wollte ganz kurz noch erzählen, weil es ja um dieses Thema Schweigen, Brechen und sich vernetzen geht, hier auch wieder, wie auch in Hoheneck schon. Ich habe vor kurzem einen Betroffenen von Zwangsadoption interviewt und es hat mich sehr berührt. Das war jetzt ein Mann in dem Fall, ist aber glaube ich hier auch erlaubt. Der war 50 Jahre erst alt und ist also im Alter von drei Jahren in eine andere Familie gegeben worden und hat heute eben mit posttraumatischer Belastungsstörung zu kämpfen. Und mich hat einfach so beeindruckt, er ist erst 50 Jahre alt. Also das zeigt, wie wichtig und brennend dieses Thema immer noch ist. Es gibt viele Menschen, die auch einfach noch viel Zeit vor sich haben. Und deshalb möchte ich Sie hier auch ermutigen, wir haben jetzt Vorträge und Podiumsdiskussionen im Laufe des Tages, aber es wird immer wieder Raum geben, für Sie auch Fragen zu stellen oder einen Kommentar abzugeben. Also, dass Sie sich auch beteiligen und auch dieses Schweigen mitbrechen. Das würde mich sehr freuen. Wir werden jetzt vormittags einen Blog haben mit zwei Vort-, also erstmal die Mitmachaktionen vorstellen und zwar nur zwei Stück, weil das Theater Wendezeiten hat aus Krankheitsgründen abgesagt. Danach gibt es zwei Vorträge von Historikern, Historikerinnen zum Roten Ochsen und zu Hohen Läuben und danach eben ein Zeitzeuginnenpodium auch mit Frauen, die dort inhaftiert waren. Dann kommen die Frauen für den Frieden, die Gruppe Halle zu Wort, auch auf dem Podium und danach gibt es eine Mittagspause um 13 Uhr. Und nachmittags wird es dann eher aus, ja, von wissenschaftlicher Seite her neue Erkenntnisse geben zu mehreren Themenblöcken. Das eine ist die Folgen von Haft und Zersetzung. Dann geht es um vergessene Opfergruppen, ein sehr spannendes Thema, nämlich vergessene Kinder und die sogenannten Asozialen. Und am Ende dann auch noch, finde ich, ganz schön platziert die Resilienz stärken, also die eigene Abwehrkraft sozusagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, also wir haben ein gutes Programm heute vor uns. Es wird aber trotzdem vormittags und mittags, nachmittags eine Kaffeepause geben. Brauchen Sie also keine Sorge haben. Es gibt schon genug Zeit, um sich auch mal zu entspannen. Und abends ist dann Abendessen um halb acht. Und ja, jetzt würde ich Sie einfach bitten, noch Ihre Handys auszumachen, damit wir anfangen können. Dann würde ich gerne Sandra Tschech nach vorne bitten, die wahrscheinlich hier jeder kennt. Und Sandra, du bist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der UOKG und du stellst uns jetzt die Mitmachaktion vor, Netzwerke schaffen. Genau, ich begrüße alle ganz recht herzlich. Hier nochmal vom Rednerpult aus, ansonsten haben wir uns schon den einen oder anderen und die einen oder anderen beim Frühstück gesehen. Mitmachaktion ist natürlich immer eine Frage. Wir haben uns davor lange gefragt im Team, ja, wenn keiner mitmacht, was macht man mit einer Mitmachaktion? Im Zuge dessen kann ich natürlich nur an Sie appellieren, machen Sie mit. Warum machen wir diese bestimmten Mitmachaktionen? Zum Teil, wir hatten es gestern schon als Thema, dass Ihre Geschichten bewahrt werden. Sei es in Form der Porträtfotografie oder sei es in Form, was Theaterwendezeiten gewesen wäre, dass Ihre Geschichten in kulturellen Theaterstücken verarbeitet werden. Eine andere Mitmachaktion, die ich Ihnen jetzt vorstelle, ist die Netzwerkrunde. War ein ganz großes Thema für uns. Wir in der UOKG haben sehr viele Betroffene, die manchmal einfach nur anrufen, weil sie jemanden brauchen, um sprechen zu können. Ich wohne hier alleine, gibt es hier jemand in der Gegend? Andere Sachen. So, dass wir überlegt haben, wie können wir in dieser Situation Abhilfe schaffen? Wie kann man für die Betroffenen etwas erreichen, dass sie auch abseits derartiger Veranstaltungen Leute kennenlernen, sich austauschen können, vielleicht auch gemeinsame Unternehmungen machen oder Sonstiges. Im Zuge dessen haben wir uns überlegt, dass wir vier Bereiche versuchen zu networken, zu vernetzen. Diese vier Bereiche würde ich gerne mal vorstellen. Das ist das Erste, ist der Bereich Betroffene. Das ist natürlich ein ganz sensibler Bereich. Betroffene untereinander vernetzen bedeutet, wichtig ist, sage ich mal, die Postleitzahl. Sie kennen uns als UOKG, wir gehen mit Ihren Daten sehr sensibel um, wir würden die niemals rausgeben. Das heißt, zwangsläufig, Sie geben an, was Sie angeben möchten. Ich empfehle eine PLZ, eine Postleitzahl ist sicherlich hilfreich und eben eine E-Mail oder eine Telefonnummer, dass man denjenigen erreichen kann. Dann geht es aber auch darum, auf welcher Suche bin ich nach Vernetzung? Möchte ich einfach jemanden in meiner Ecke haben oder ist es mir wichtig, dass jemand die ähnliche Erfahrung gemacht hat, so dass man dann halt eben natürlich auch die Art der Repression, was Haft, was Verfolgung, was Zersetzung, wer diese Angaben machen möchte. Alles natürlich immer auf freiwilligen Basis und ganz entscheidend für uns ist, oben steht, ich weiß gar nicht, ob Sie das lesen können, Datenschutzweitergabe. Wenn wir dann in der UOKG Anfragen haben, ich wohne hier und hier, können wir in unsere Datenbank gucken, gibt es dort jemanden ums Eck? Und dann entscheiden Sie, ob wir Ihre Daten sofort weitergeben dürfen oder Sie nochmal vorher kontaktieren. Wir haben jetzt hier jemanden, möchten Sie da den Kontakt herstellen? Ja, also alles ganz, wir haben sozusagen nach Ihren Prämissen. Das ist, würde ich sagen, der sensibelste Bereich. Der nächste Bereich, wie gesagt, vier in der Zahl, da geht es um die Fragen zur Rehabilitierung. Sei es strafrechtliche, berufliche, sei es gesundheitliche, Folgeschäden oder anderes. Wir kennen alle in den neuen Bundesländern die Landesbeauftragten mit ihren Beratungsstellen. Sie kennen die UOKG, sie kennen Gegenwind etc. Aber wie auch gestern schon thematisiert wurde, gibt es in den alten Bundesländern eben diese Ansprechpartner nicht. Frau Zupp sprach davon, dass sie in Gesprächen ist mit der Diakonie und Caritas. Wenn Sie jemanden kennen, da bin ich schon mal gut beraten worden oder Sonstiges, dann teilen Sie doch bitte dieses Wissen mit den anderen. Wenn Sie jetzt sagen, huch, ich habe die Visitenkarte nicht dabei, die Daten nicht dabei, ja, Sie wissen, wo wir sitzen, wie Sie uns kontaktieren können, so können wir die Datenbank dann auch im Nachgang dieser Veranstaltung weiterfüllen. Ja, es ist für uns auch ein erstes Mal, dass wir sowas probieren. Wollen wir hoffen, dass es sozusagen langfristig irgendwie dann was bringt und sich im besten Falle vielleicht sogar auch mit anderen Institutionen in der Aufarbeitung oder die sich um Betroffene kümmern, sich vernetzen kann, dass wir das zusammenbekommen. Das wäre jetzt Fragen der Rehabilitierung. Das Gleiche. Ach so, ist schon, pardon. Therapeutische Angebote. In Berlin, viele kennen die Beratungsstelle Gegenwind. Vielleicht gibt es eben auch in Ihrer Gegend, sage ich jetzt mal, Angebote, die Sie weiterempfehlen würden. Und dann ist natürlich immer die Frage, die Art der Therapie, Art der Psychotherapie, wenn man das nicht ganz genau weiß. Unsere Mitarbeiterinnen, bei denen man die Daten sozusagen abgibt, helfen Ihnen dann dabei, dann eine Entscheidung zu fällen. Und wie gesagt, man kann natürlich nur die Daten ausfüllen, die man kennt oder im Nachgang nachreichen. In dem Falle ist der Datenschutz insofern, weil ich sage mal, jetzt eine Psychotherapeutin oder eine Einrichtung ist in der Regel in den gelben Seiten oder im Internet zu finden. Das sind ja dann offizielle Daten, die Sie weitergeben. Die nächste Gruppe wäre dann die Form der Selbsthilfegruppen. Da fällt mir immer Corinna Thalheim ein mit ihrer Gruppe. Und vielleicht haben Sie sowas auch. Man kann dann natürlich auch noch entscheiden. Wichtig ist natürlich Ansprechpartner, die Art der Gruppenaktivität. Die einen machen vielleicht gerne kulturelle Sachen, die anderen wollen einfach einen Kaffeeklatsch haben oder einen Stammtisch. Die nächsten sind vielleicht doch noch etwas wandermäßig unterwegs oder Sonstiges. Wenn man da Präferenzen hat, kann man die angeben. Ansonsten kann man es natürlich offen lassen. Das sind unsere vier Sachen. Wenn Sie Bedenken haben sollten, Stichwort, Ihre Daten weiterzugeben oder so. Wie gesagt, Sie wissen, wir gehen vertrauensvoll damit um. Man muss natürlich zwangsläufig auch so eine Datenschutzerklärung unterschreiben und vielleicht auch einfach überlegen, jetzt ist keiner, der direkt mit meiner Postleitzahl ums Eck wohnt. Aber Sie sind ja auch mal in Deutschland unterwegs. Vielleicht haben Sie Kinder, die irgendwie bei einer anderen PLZ ums Eck wohnen. Vielleicht wollten Sie diese oder jene Gegend so mal so oder so einen Urlaub machen. Man muss es nicht zwangsläufig nur auf diesen Landkreis setzen. Ein Bereich wäre noch, um vielleicht die Vernetzung hier vor Ort mehr zu verstärken. Wir haben alle in der Regel ein Namensschild. Und damit man, deswegen haben wir dort auch eine Deutschlandkarte steht, und da könnte man dann eben seinen Punkt draufsetzen. Ich bin jetzt der Datensatz Nummer eins, Sandra Tschech in Berlin, ich suche Kontakt. Möchte ich das hier schon offen kundgeben, dass auch andere sagen, ach, die würde gerne angesprochen werden, dann kann man sich diesen grünen Punkt auch auf seinen Namensschild kleben. Aber wie gesagt, alles auf freiwilligen Basis. Die verantwortlichen Damen der UOKG dafür, auch wenn Sie vielleicht nicht direkt am Tisch Deutschlandkarte sitzen, würde ich Ihnen gerne vorstellen, so dass Sie wissen, auf wen Sie zugehen können. Ich bitte Magdalena Kuhn oder Magdalena hat gerade zu tun, aber Martina Kegel, kennen sicherlich viele von Ihnen, steht gerade hinten auf, wer noch mal gucken will, und dann bitte ansprechen bei Interesse. Ja, auch wenn sie nicht am Tisch sitzt. Ganz lieben Dank. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, machen Sie mit. Jetzt bitte ich André Wagenzig nach vorne. Hallo. André Wagenzig ist Fotograf und hier für das Projekt Stadtsicherheitsinhaftierung. Sieht man die Fotos schon? Noch nicht? Wahrscheinlich nicht. Also wir werden gleich hier die Fotografien sehen, um die es geht. Ich kann ja schon mal anfangen, Sie vorzustellen. Sie waren selbst inhaftiert, politisch inhaftiert natürlich, von 1993 bis 1994, als Sie 25 Jahre alt waren, wegen Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit in der DDR und wurden dann freigekauft. Wir werden gleich die Fotos sehen. Aber es ist so, er ist hier, um für sein Projekt zu werben. Genau, das man jetzt gleich sieht. Und Sie können ja schon mal erzählen, welche Idee dahinter steckt, hinter dieser Staatssicherheitsinhaftierung. Da sehen Sie es. Also die Leute, die Sie jetzt hier auf den Bildern sehen, das sind alles Leute, die in der DDR im Gefängnis waren. Ich war jetzt zum Beispiel vor circa drei Wochen in Bautzen, beim Bautzen-Forum, habe dort zehn Leute erreichen können. Dieses Projekt ist während der Pandemie entstanden. Ich hatte darüber nachgedacht, was ich irgendwie noch so machen kann, als freies Projekt und bedingt auch durch die Geburt meiner Kinder, die jetzt elf Jahre alt sind und natürlich auch Fragen stellen über die Vergangenheit ihres Vaters. Was, bin ich immer noch zu leise? Nein, nein. Ach so. Sie können ruhig, also ich glaube ganz entspannt, jetzt einfach zu stehen. Ich gucke. Habe ich, aber ist mir diese Idee halt gekommen, ich habe auch 30 Jahre diese Sache DDR-Gefängnis mit mir rumgetragen und habe versucht, irgendwie eine Idee zu finden, wie ich das irgendwie vielleicht verkleinern kann, diesen kleinen oder diesen großen Rucksack. Ich habe angefangen mit sechs Bekannten, die damals mit dabei waren, 1983 im Sommer. Wir waren 13 Leute, wir wurden verhaftet, fast alle wegen dem gleichen Delikt, wurden dann auch 1984 im Sommer freigekauft. Diese Bilder sind alle, also die Bildsprache ist immer die gleiche, die Leute sitzen hinter einem, vor einem schwarzen Hintergrund, es gibt ein Licht, ich mache ein paar Fotos, wenn ich der Meinung bin oder auch der, den ich fotografiere, es reicht jetzt, höre ich halt dann auf. Mein Ziel ist ungefähr 75 Leute zu bekommen, also plus minus 75 Leute. Das Projekt soll im nächsten Jahr, im Sommer soll es dann irgendwann enden und dann in einer Ausstellung münden. Ich habe da auch schon Zeichen bekommen von Frau Zubko, besser gesagt aus dem Bundestag, dass man mir dort helfen möchte. Und danach denke ich mal, sollte auch diese Ausstellung mit diesen Bildern dann auch auf Wanderschaft gehen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Einrichtungen, das muss ich Ihnen nicht sagen, die sich mit diesem Thema befassen. Und ich denke, das ist auch ein gutes Projekt, um eben halt das Vergessen eben halt immer wieder aufrechtzuerhalten. Genau, also nochmal, warum Bilder so wichtig sind, das fand ich richtig. Also ja, Bilder, ja, Bilder, weil ich habe das auch vorhin wieder gesehen, es gibt wirklich sehr viele veröffentlichte, textliche Veröffentlichungen, aber es gibt wirklich keine Bilder oder sehr, sehr wenig Bilder von Leuten von heute. Wie sehen sie aus? Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, weil auch mit Bildern kann man wirklich sehr, sehr viel erzählen. Bei der Ausstellung nachher werden dann natürlich dann auch die Daten dazu, denn mit unter den Bildern natürlich dann mit angebracht, damit die Leute dann auch einen Bezug zu ihrer Geschichte, einen besseren Bezug zu ihrer Geschichte dann halt bekommen. Also mit Namen eigentlich oder kann das auch anonymisieren? Das kann denn jeder selbst dann entscheiden, ob er denn, weiß ich, Peter.h. nur haben möchte oder Peter Hoffmann. Aber es sollte auf jeden Fall die Haftdauer oder wo er auch in der DDR im Gefängnis war, sollte erwähnt sein und natürlich auch der Grund. Und wenn natürlich irgend noch jemand ein Statement dazu hat, würde ich das dann natürlich dann auch gerne zitieren. Also ich nehme das, ich versuche natürlich auch beim Fotografieren, mich mit Ihnen so ein bisschen zu unterhalten und habe da auch, und das frage ich natürlich auch vorher, so ein iPhone, mach das an, um eine Audiodatei zu haben und versuche natürlich dann vielleicht auch noch so ein paar schöne Statements zu bekommen, zu diesem Thema halt. Bevor Sie erzählen, wie das Ganze hier dann praktisch abläuft, können Sie vielleicht noch kurz sagen, wie sind Sie denn bisher zu den Menschen gekommen? Oder sind die zu Ihnen? Also wie gesagt, die ersten sechs, die habe ich aus meinem Bekanntenkreis angesprochen. Ich bin ja mit diesen Leuten, auch wenn es schon sehr lange her ist, immer noch irgendwie befreundet, verbunden. Viele leben auch gar nicht mehr in Berlin. Einer in Hamburg, in Kiel, paar leben in Berlin. Ich habe dann über die Stiftung in Berlin, Aufarbeitungsstiftung, habe ich dann Kontakte bekommen nach Rohn-Schönhausen. Ich habe jetzt auch, die Dame ist auch hier, nach Cottbus einen Kontakt. Ich habe dann auch über die Stiftung so einen Eintritt gefunden ins Bautzenforum. Und das wurde auch sehr, sehr dankend dort angenommen. Also egal, wen ich jetzt damit anspreche oder wer mich anspricht. Es ist immer alles sehr positiv und man möchte mich dabei unterstützen. Ich habe gehört jetzt auch im November ist hier in Halle ein Häftlingstreffen. In Berlin ist ein Häftlingstreffen im Oktober, am 19. glaube ich. Da bin ich auch dabei. Habe ich angerufen, hat mir der Verantwortliche dort gesagt, kommen Sie, Sie rennen da mit uns, Sie rennen uns da die Türen ein. Und natürlich in Berlin, ich habe ein kleines Studio. Ich mache da auch teilweise Einzeltermine oder fahre eben halt auch gerne zu den Leuten hin. Und es gibt ja auch schon welche, die wirklich sehr alt sind. Und denen möchte ich es auch nicht zumuten, irgendwo dann auch hinzukommen. Ich bin dann auch immer gerne bereit, meine Sachen einzupacken und da hinzufahren. Nur Frauen konnten Sie bisher nicht so viele treffen? Ja, Frauen, Frauen, leider. Also im Bautzen hatte ich nur eine Frau gehabt. Wie Sie hier sehen, es sind 21 Personen, es sind auch nur drei Frauen drauf. Ich möchte natürlich auch noch mehr Frauen haben. Noch mehr Frauen haben, weil das ist, finde ich, auch sehr, sehr wichtig, dass die da hinten nicht runterfallen bei dieser ganzen Geschichte, weil sie haben genauso das Recht, nach außen ihre Sachen zu zeigen oder zu erzählen. Und also ich würde mich freuen, wenn sie auch heute mutig sind. Und sie sind ja schon mutig, dass sie schon hier sind, aber dass sie dann auch sich dann von mir fotografieren lassen. Dann sagen Sie doch mal kurz noch, wie das Ganze dann am besten abläuft. Achso, ich wollte zum Schluss sagen, ich habe auch mitbekommen, es sind auch ein paar Männer hier noch, die auch eventuell auch in der DDR im Gefängnis waren. Also sie können ohne weiteres, können die natürlich sich auch bei dieser Aktion auch jetzt an diesen beiden Tagen daran beteiligen. Also der Ablauf wäre so, also hinter der Bühne ist ein Notausgang, das Notausgang-Zeichen, Sie müssen einfach mal geradeaus gehen, da kommt noch ein Haus, so ein Treppenhaus und da ist wieder eine Tür, die ist offen und da bin ich halt mit meinem kleinen Set und ja, und warte auf Sie. Das ist doch ein tolles Projekt und vor allem mit der Aussicht, das im Bundestag vielleicht irgendwann zu zeigen, das wäre doch toll. Ja, das wäre natürlich toll. Okay, ja, vielen Dank, Herr Wagenzig. Kein Problem, vielen Dank. Vielen Dank.